Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Wolfenstein der Oldblatt zum fünften Part. Und ja, wir haben im letzten Part das schnieke Zielfernrohr bekommen. Und das werden wir jetzt direkt mal einsetzen und zwar für den Typen da oben. Den haben wir. Sehr gut. Und ich finde das Gewehr mega geil. Ich liebe das. Ich weiß nicht warum, ich stehe sowieso auf so altertümliche Waffen und dann noch wieder so gut designt, so scharf und so. Das ist echt was Feines. So, wir drücken mal den Hebel. Okay. Einen noch. Einen noch. Was passiert denn bei einem noch? Limit haben wir erreicht. Können wir da runter? Wir können auch da runter. Wir können aber auch hoch. Oh, wir gucken. Oh, stolze Tiere. So. Ich will nochmal ganz kurz hoch. Und gucken, ob da irgendwas ist. Ach, hier geht's auch lang. Moment. Jetzt bin ich ver... Ach, okay. Ich war noch nicht ganz oben. Okay, da ist eine Tür. Wunderbar. Gehen wir mal runter und schauen uns mal um. Oh, wow. Habe ich den? Ja, den habe ich. Ah, den habe ich nicht. Och Mann, was ist denn hier los? So, den habe ich im Kopf erwischt. War es das? Oh, das ist... Okay, er hat mich gefunden. Ah, so. Da sind wir das Blutspritzen. Einfach nur nochmal... Oh, da ist einer. Haben wir den dann auch erwischt? Ich finde es total geil. Oh mein, ich liebe Snipern. Ach ja. Wunderschön. So. Okay, wir haben es hier. Ach, da sind noch Helme. Die nehmen wir auch noch mit. Oder auch nicht. Dann gehen wir mal aufs Schiffchen rauf. Das kennen wir ja mittlerweile. Aber wir sollen gar nicht aufs Schiffchen. Gut, dann nicht. Moment, was sagt die Karte? Oh, das wollte ich nicht drücken. Äh, Karte. Ach ja, hier. Wir müssen da lang. Aber wir können... Was war das? Ach so. Ja, ne. Das brauchen wir nicht. Wir sind zufrieden mit unserem. Hier ist vielleicht noch... Nicht? Nein? Okay, dann halt nicht. Das ist noch Munition. Hier liegt noch ein Gewehr und Helme. Hm. Wir müssen das Schiff nehmen. Aber irgendwie will das Schiff nicht, dass wir... Oder wir müssen das Ding da irgendwie aufkriegen. Die Frage ist, wie macht man das? Ich hab keine Ahnung. Hä? Kann ich schwimmen? Ich weiß nicht, ob ich schwimmen kann. Moment. Wir müssen da... Anders geht's nicht. Kann ich? Ach, okay. Ich kann schwimmen. Jetzt sollten wir nur noch hochkommen. Ja. So. Muss ich da hin? Da blinkt auf jeden Fall schon mal was. Was ist da für... Oh Mann. Schwimmen wir mal schneller. Hoppala. Aber ich glaub, anders geht's ja eigentlich nicht. Da müssen wir hin. Komm. Komm an. Ja. Sehr gut. Ah, das sieht gut aus. Zack. Haben wir Limit erreicht. Okay. Ah, jetzt müssen wir hier wieder... Ach so. Ja, natürlich. Okay. So geht's auch. Vorhin noch jeden Stein einzeln mühsam rausklamüsern. Und jetzt auf einmal einmal gegen. Ist gar kein Problem. So. Okay. Gehen wir mal wieder hoch. Boah, das ist so eine... Kopfarbeit, das hier zu machen. Wenn ihr das Spiel euch holen werdet, werdet ihr das verstehen. Oder auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach dumm, aber... Oh Gott. Das ist ein Flammenwerfer, oder? Ich weiß. Das ist unfair. Ich hatte dich. Komm schon. Boah. Was? Scheiße. Nein. Oh fuck. Na, komm schon. Boah, der hielt aber auch aus, ey. Meine Güte. Öh, Rüstung. Okay, Moment. Oh. Wo bist du da? Okay, den haben wir weg. Und jetzt ihr. Munition. So. Weg mit dem Schädel. Den brauchst du eh nicht mehr. Oh. Du auch. Oh. Oh. Komm. Oh. Mit der Pistel. So. Alle erledigt. Karte. Okay. Medi-Shock. Schockhammer. Oh. Was ist denn der Schockhammer? Eine schwere, durchschlagkräftige, doppelläufige, halbautomatische Schott. Oh Gott. Was will denn? Das ist ja wie ein Kollegatext, ey. Äh. Okay. Dann. Oh. Wir haben jetzt das Bombenschutzgewehr. Das. Die Maschinengewehre. Die Pistolen. Ach. Die haben wir ja auch noch, ne? Na, stimmt. Okay. Mal gucken. Die setzen wir mal ein. Wir haben ziemlich wenig Munition dafür. Bename. Ach. Hier ist noch Gold. So. Yeah. Glanzleistung. Medi-Shock. Oh. Wenn wir noch Gesundheit finden, dann kriegen wir hier... Oh. Jetzt können wir das sogar Akimbo nehmen. Grenades. Der ist tot. Denke ich mal. Okay. Hier geht's weiter. Müssen wir da irgendwie interagieren? Wow. Mein Gott. Nein. 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 Boah. Das hätte ich aber jetzt gedacht, ist stärker. Okay. Das ist gegen die nur schwach. Gegen die Dinger da nur schwach. Weil die wohl übelst gepanzert sind. Aber sonst. Gucken wir es uns nochmal im Detail an. Ich brauche mal jemanden hier, der es mir im Detail zeigen kann. Ah. Und jetzt machen wir hier das letzte, denke ich mal. Genau. Perfekt. Ich würde sagen, auf nach Burg Wolfenstein. Da unten ist noch was. Ein Helm. So. Ja. Streich immer dein Gewehr. Mein bester Freund hat mir gesagt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Dass ich ziemlich oft so sage. Und. Oh. Ich versuche das zu vermeiden. Okay. 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 Da. Das benötigen wir jetzt dafür. Jo. Natürlich. Komm. Das kratzt den ja gar nicht. Oh. Okay. Vielleicht kratzt es ihn doch. Nein. Okay. 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 Ich ergib mich. Nicht. Haha. Boah. Den habe ich aber nicht. Oder? Doch. Den habe ich auch. Oh. Ich habe Granaten. Wie werfe ich Granaten? So. Ja. Wow. Oh mein Gott. Hör auf dich so anzuschleichen. Äh. Nein. So. Weg mit dir. Und jetzt wieder in Deckung. Und ein Bombenschussgewehr hier. Tschüss. Boah. Das killt aber auch. Oh. Das killt nicht mit einem Schuss. Scheiße. Boah. Boah. Ja. 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 Oh mein Gott. 20 Leben. Dann müssen wir doch jetzt. Mit dem Stub. Nein. Das habe ich gesehen. Oh. Nachladen. Wäre nicht schlecht. Da ist Leben. Weg mit dir. Nein. Verdammte Scheiße. Oh. Da ist auch noch einer. Glaube ich. Scheiße. Okay. Das ist echt eine heikle Situation. Oh. Der kommt da hin. Nein. So. Weg mit dir. Da kommt immer mehr. Boah. Den haben wir gut erwischt. Da steckt die Waffe sogar vor Freude. In der Wand drin. Ha. Da ist Leben. Geil. Okay. Na. Kommt mal her. Ihr Schweine. Ach. Das war es. Ja. 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 Soll ich gerade einen auf Action machen und hier übelst alles wegschnetzeln. Da kommt da ein Typ ist gelaufen. Okay. Wir sammeln mal kurz alles ein. Die Musik zeigt mir, dass es jetzt ruhig ist. Okay. Gerade zeigt die Musik mir, dass da noch viel mehr kommen. Ist aber nicht so. Hehe. Besiegt. Okay. Weiter. So. Ah. Verdammt. Schon wieder so. Äh. Medi-Schock. Ah. Hier können wir interagieren. Moment. Level beenden. Oh. Okay. Moment. Dann vielleicht nochmal Fallgitter. Gut, dass das da steht. Dann weiß auch jeder. Ah. Und da ist noch ein Fallgitter. Hier ist ein Wolfenstein-Symbol. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Level. Okay. Okay. Das sieht schon deutlich anders aus. Warm, naja gut, okay, warm Finde Wesley Ja, das werden wir auf jeden Fall machen Wir haben noch Medi-Shocks Nein Oh mein Gott Nein Was Oh Mann Boah Freunde, ich weiß nicht, das Das Nein Das, ja klar, er hat Kopfschmerzen Davon bekommen Wo ist er Okay, das bringt nichts Dann machen wir es so Bringt das überhaupt was Nein Ah Tschüss Okay, damit habe ich nicht gerechnet Ja gut, das ist das Konzeptzeichnung Eingangshalle Die alte Eingangshalle war jetzt der prachtvollste Teil der Burg Hier hieß King Otto König Otto, wichtige Besucher willkommen Hier hieß Okay Was, nein Gönnt mir doch mal Ruhe Ach meine Güte Was, warum bin ich so nacht Nein, nein Verdammt Das kann doch nicht wahr sein Oh, bitte lass diesen Bitte Bitte Oh, Gott sei Dank Ja, ist mir alles egal Was Wie zum Teufel Können die mir sofort so schnell So viel abziehen Oh, hier finde ich gut Ach, ich habe kaum Leben Darum Was stehe ich Ah, hallo So, weg mit dir War da noch einer Ja, da war noch einer Kuckuck Nein Meine Güte Das ist ja nicht normal So Weg mit dir Okay Dann gucken wir mal Sollen wir Ja Komm Okay Wir sind damit So schnell wie using bolt Rückwärts Oh, ich will da rein Kann ich nicht Okay Öffnen an anderer Stelle Was ist hier? Öffnen an anderer Stelle Ich wusste es Ich wusste es Okay Ihr Sicherheitsdienst Ach, nur Sicherheitsdienst Ich dachte schon Ah, hier sind wir drin Hier ist so ein bisschen So Kommandozentralen Oh Oh, okay Jetzt haben wir ganz viele Oh, jawoll Ja Ich würde sagen Wir nehmen mal den Schockhammer raus Können wir hier noch irgendwas machen? Ja, können wir Ähm Da haben wir noch eine Pistole Ganz viel Munition Eine Karte Und wir drücken mal diesen Hebel Oh, nee Komm doch Ey, war so klar Äh, okay, okay, okay Gott Ja, dann kommt doch her Meine Güte Boah, ich höre tausend Schritte Tschüss 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 Oh Oh Hier Wie schmeckt euch das? Boom, boom, boom So Oh, 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 oh Nein Ah, verdammt Okay, das ist vielleicht nicht ganz so schlau da hinten Da kann man ziemlich einfach flankiert werden Ist das dein Ernst? Ah Boah, wie viel halten die denn aus? Ja, hier, tschüss Herr im Himmel Zack, zack Wir lassen die da oben jetzt einfach auch so stehen Stell dich nicht so an So, jetzt kommen wahrscheinlich noch viel mehr Aber ist mir egal Ja, das wäre geil, wenn die runterkommen würden Dann könnte ich nämlich Was ist das? Nein, nicht das Oh Das Ja, was ist das denn? Oh, 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 oh Gott Haha Geil Einfach alle weg Tschüss Oh, 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 oh Gott, Alter Boah, damit habe ich nicht gerechnet Ich wusste nicht mal, dass das so ein Ding ist Äh Ja, was wollt ihr machen? Guckt ihr an Ich habe so eine komische Pistole Die euch alle wegschnetzelt So Ja Du hast keine Munition mehr? Ich habe noch genug Munition, Kollege Oh, guck mal Die haben mir sogar einen Ausgang geschossen Das ist ja, oh Gott Dieser Clip wird jetzt BJs Bewerbungszeugnis Wenn er sich in irgendeiner Einheit meldet Was haben sie drauf? Und dann kommt dieser Clip Das habe ich drauf So, jetzt können wir aber hier weiter Boah, kannst du mal aufhören zu tröten So Helm aufgesammelt Rüstung nochmal voll gemacht Was? Nein Boah Nein So Nein Nein, was? Das kann doch nicht wahr sein Das ist doch Das kann doch nicht sein Mann Da haben wir gerade schon so ein Ja, komm Halt's den Maul Ganz ehrlich, Mann Boah Ja, mach auf, komm Was? Willst du? Ey So Ja, 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 ja Komm, komm Zack Freunde Es tut mir sehr leid Dass wir jetzt gerade hier festhängen Wir werden hier nicht länger festhängen Wir haben jetzt nämlich herausgefunden Was diese Pistole macht So Auf Könnt alle herkommen Komm, Freunde Ja Ihr müsst nicht denken Ich habe Angst vor euch Ich habe nämlich so eine Komische Kackpistole Die ich jetzt einsetzen werde Ich hoffe, ihr versammelt euch da nochmal alle Nein Noch nicht Noch nicht Boah Tschüss Boah Boom Er hat überlebt Nein Äh Bombenschussgewehr Tschüss Boah Voll in die Säcke Der gute Mann ist nicht mehr Bestückt So Echt? Da Bitteschön Er hat überlebt No Scope No Scope No Scope So Das war ein Quickscope Äh Stürmgewehr Boah Gott, wie diese Halle aussieht Nachdem wir da fertig sind Ey Wie so ein Schlechtes Schlachtfeld So Tja So Hier war glaube ich noch einer, oder? Ich muss auf jeden Fall mal kurz Nein Das will ich doch nicht Ich möchte gern das hier, weil ich weiß, dass da oben noch mehr kommen Boah, das nervt ja echt, ne? Mäh, mäh Ha Oh Oh Tschüss Ne, Moment Den kriege ich da so Boah ey, das ist aber auch fies Die, also die haben es ja drauf, ne? Die flankieren einer wie eine Sau, ey Boah Na, vorsichtig sein Tschüss Okay Oh Gott, ich liebe das Spiel Es ist so brillant, ey Ich, ich, wirklich Ich kann euch Wolfenstein Boah Kannst du mal aufhören Moment Ich kann euch den Vorgänger Beziehungsweise Das Hauptspiel Sagen wir es mal so The New Order Nur empfehlen Das gibt es mittlerweile Auch nicht Kostet das irgendwie Wenn ihr es gebraucht kauft Kostet es wahrscheinlich 40 Euro oder so Ihr habt da wirklich so viel Spielspaß dran Ihr könnt es auch nochmal spielen Weil es zwei Kampagnen gibt Also das ist echt krass Oh Jawoll Ihr kommt Boah Oh mein Gott, ey Ja, was willst du denn machen? So Ich muss noch auffassen, dass das nicht heiß läuft oder so Da war noch jemand Ja, ich hab dich gesehen, Kollege Boah Da Tschüss Was? Wo denn? Da Da ist einer Boah Hoho Wo noch? Wo noch? Da war doch noch einer Ah Also ich würde sagen Nein Oh Mann Lass es liegen So Hä? Nein Geh weg damit So Boah Muss mal überlegen, wie ich die Folge nenne, ey Was ist hier alles passiert? Oh Gott Ähm So Aha Wir können Jetzt Moment Wir haben alles voll Ach, wir können hier oder hier lang jetzt Oder Moment Wir gucken mal Ja Ich muss da oder da lang Wir gucken aber noch ganz kurz Hier ist eine Rüssi Wir sind jetzt bei 20 Minuten Ich würde so Ja, streichen wir nochmal dein Gewehr Wir können uns nochmal kurz hier alles angucken Vielleicht finden wir hier noch was cooles drin Ich glaube aber nicht Und da rein gehen wir dann im nächsten Part So Schon wieder so Mist Ich muss darauf achten Okay Dann würde ich sagen, Freunde Danke fürs Einschalten, wie immer Ich hoffe, es hat euch gefallen, MJ Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal So